Willkommen in unserem kleinen Merkbild. Aktuell wird viel über ein neues Virus gesprochen. Das neue Corona-Virus. Unsere Geschichte soll dir helfen, dir Wissen über das neue Corona-Virus einfacher zu merken. Legen wir los. Das neue Virus mit der Krone. In unserem Merkbild siehst du verschiedene kleine Viren und Bakterien. Viren und Bakterien kommen überall in der Natur vor. Auf Pflanzen, auf Tieren und bei Menschen. Das Mädchen hier hat Schnupfen. Den hat sie wohl vom kleinen Schnupfen-Virus auf ihrer Schulter bekommen. Manche Viren und Bakterien lösen Erkrankungen bei Kindern und Erwachsenen aus. Das bekannteste Beispiel ist der Schnupfen. Schnupfen wird meist von Viren ausgelöst. Ein neues Virus ist das Corona-Virus. Corona bedeutet Krone. Daher zeigen wir hier das Corona-Virus als Virus mit einer schweren Krone. Das Kronen-Virus. Seine Krone sieht auch richtig schwer aus. Das wird später auch wichtig. Krank sein mit dem neuen Corona-Virus. Unser Körper wehrt sich besonders gut gegen Viren, wenn er diese schon kennt. Der Prinz wehrt hier ein Virus mit einem gleichfarbigen Schutzschild ab. Das kennt er wohl schon. Gegen das neue Kronen-Virus hat der Prinz noch kein passendes Schutzschild. Das neue Corona-Virus ist unserem Körper noch unbekannt, denn unser Körper hatte noch keinen Kontakt mit dem neuen Corona-Virus. Daher haben wir noch keinen guten Schutz, der ganz genau zu diesem einen Virus passt. Das neue Kronen-Virus konnte der Prinz daher auch nicht aufhalten. Das neue Corona-Virus verbreitet sich von Mensch zu Mensch. Meist löst es nur leichte Erkrankungen aus. Man fühlt sich schlapp und hat Husten, Fieber oder Schnupfen. Dafür steht hier der kleine Bär. Er hält ein Taschentuch, denn er hat durch das Kronen-Virus einen Husten bekommen. Warum ist es jetzt so wichtig, die Übertragung des neuen Corona-Virus zu verhindern? Wenn Personen an dem neuen Corona-Virus erkranken, löst das neue Corona-Virus bei manchen auch schwere Erkrankungen aus. Im Bett selbst liegt der schwer erkrankte große Fieberbär. Das Virus hat ihm seine schwere Virus-Krone auf die Brust gelegt. Schwere Erkrankungen mit dem neuen Corona-Virus betreffen die Lunge. Dann wird das Luft holen, das Atmen schwerer und man muss deshalb auch ins Krankenhaus. Wie soll man sich jetzt verhalten? Wie du siehst, hat das Virus kurze Arme und Beine. Es braucht engen Kontakt zwischen Menschen, um sich zu verbreiten. Was also können wir tun, damit sich Viren, wie auch das neue Corona-Virus, nicht verbreiten. Die Prinzessin mit langem Band wäscht sich hier lange und gründlich die Hand. Langes und gründliches Händewaschen spült Viren von den Händen. Dazu muss man die Hände aber lange waschen. Sehr, sehr wichtig ist dabei viel Seife. Wasch dir also lange die Hand. Daher trägt die Prinzessin auch ein langes Band. Die Prinzessin singt beim Händewaschen einen Reim. Wenn du diesen etwa fünfmal langsam aufsagst, ist genug Zeit vergangen. Und so geht der Reim. Die Prinzessin mit dem Band wäscht sich lange und gut die Hand. Entweder helfen deine Eltern dir mit der Zeit. Oder du sagst den Reim fünfmal beim Händewaschen langsam auf. Die Prinzessin mit dem Band wäscht sich lange und gut die Hand. Und das mit viel, viel Seife. Viren, wie das neue Corona-Virus, verbreiten sich besonders durch Niesen oder Husten. Wenn wir beispielsweise erkältet sind und niesen, dann fliegen ganz viele kleine Wassertropfen mit Viren weit durch die Luft. Daher sollte man immer in ein Taschentuch niesen und husten. Wenn man kein Taschentuch hat, kann man in den Ellenbogen niesen. So verhindert man, dass die Viren weit fliegen. Hier hilft dir der Reim der Elfe mit ihrem Elfenbogen. Die Elfe mit dem Elfenbogen, sie niest in ihren Ellenbogen. Niese also in deine Ellenbeuge oder in ein Taschentuch. Zu Taschentüchern gibt es auch noch etwas Wichtiges zu sagen. Taschentücher gehören in den Mülleimer. Und danach muss man sich die Hände waschen. Die Elfe hat schon ein paar Taschentücher benutzt. Diese hat sie alle in einen Mülleimer getan. Viren, wie das neue Corona-Virus, finden sich nach dem Nase putzen, auf den benutzten Taschentüchern. Taschentücher gehören daher in den Mülleimer. Du solltest Taschentücher also nicht irgendwo liegen lassen, zum Beispiel auf dem Tisch oder dem Stuhl. Viren, wie das neue Corona-Virus, können auch beim Händeschütteln übertragen werden. Aber man kann sich auch auf ganz andere Art begrüßen, ohne sich die Hände zu geben. Das demonstrieren uns hier das Kind und das Einhorn. Wie könntest du noch grüßen, anstatt die Hände zu geben? Der Besuch beim Arzt. Viele Leute gehen jetzt zum Arzt, so auch Kinder. Wir erzählen hier ja ein Märchen. Unsere Ärztin, sie zeigen wir als Zauberin. Wenn man glaubt, du könntest das neue Corona-Virus haben, kann man das durch eine Untersuchung herausfinden. Bei der Ärztin, in der Praxis oder im Krankenhaus wirst du vermutlich einen Mundschutz bekommen, wie hier im Bild das Kind bei der Zauberin. Der Mundschutz soll verhindern, dass sich die Viren verbreiten. Mundschutz heißt aber nicht, dass du die Viren hast oder jemand anders die neuen Coronaviren hat. Man will nur vorsichtig sein. Daher schützen sich auch Ärzte mit Mundschutz und Kittel. Zu einer echten Zauberin gehört natürlich ein Zauberstab. Glaubt man, jemand hat das neue Coronavirus, wird ein Abstrich gemacht. Dazu nutzt man ein Abstrichstäbchen. Das sieht ungefähr so aus wie ein größeres Wattestäbchen. Dieses muss den Rachen berühren. Dort sitzen Viren besonders gern. Danach wird das Stäbchen untersucht, ob Coronaviren vorhanden sind. Hier schaut die Ärztin mit der Lupe. In echt ist die Untersuchung des Wattestäbchens aber etwas komplizierter. Das Ergebnis ist da. Das Kind trägt nicht das neue Kronenvirus in sich. Jetzt wird sich die Ärztin um die kranken Bären kümmern. Zeit für eine Wiederholung. Der Schmied arbeitet an einem Schild gegen die neuen Kronen wären. Er schaut den Kindern zu, denn er weiß, die wichtigsten Maßnahmen sind. Sich die Hände lang und gut zu waschen, wie die Prinzessin mit dem langen Band. In den Ellenbogen zu niesen, wie die Elfe mit ihrem Elfenbogen. Taschentücher in den Mülleimer zu werfen. Sich anders zu grüßen, um den Kontakt der Hände zu vermeiden, wie das Kind und das Einhorn es tun. Hoffentlich hast du dir durch dieses Merkbild genauso viel über das neue Coronavirus gemerkt wie wir. Teile es mit deinen Freunden, damit auch sie sich wichtige Dinge merken. ... Armer Auf Paul Ja �